So, ich möchte vorne diese Bühne aufnehmen. Na warte ein bisschen. Das ist das Wirtshaus da. Der Saloon. Der Saloon. Die sind sehr gut. Das ist so schön. Das war's für heute. Wo ist das denn hingeschickt? Die Kabel anschauen. Siehst du, wie der Markt weggeschaut ist? Brauchst du dich nicht verrichten. So, nimm dir das wieder, weil das kann ich nicht mehr der Alt mit der Linken. Wo ist denn die Sabine jetzt? Bis da vorn. Ich will ja sagen, sie ist nicht hergekommen. Das ist aber eh ein weiter Weg von dir bis da nach vorn. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.